Du spielst gerade dich selbst. Ich wollte gerade sagen, was ich bin, aber ich darf es nicht sagen. Ach so, an dieser Stelle herzlich willkommen liebe Zuschauer zu Prop Hunt mit dabei sind heute Dominik, dann sind dabei Bros und Spiele, die Opfer quasi. Dann ist KobaTV dabei. Ich bin gestorben. Luca ist dabei. Moin Moin. Ich dachte du sagst mal Buongiorno. John Porno. John Porno, ja das auch. Und der heiß geliebte Yidan. Hallo. Von wem wird Yidan heiß geliebt? Alles klar. Von uns allen allen. Oh yeah. Heute Abend. Ja und Koba versucht noch zwanghaft zu joinen, aber das schafft er auch gleich. Zwanghaft habe ich nicht was vorhanden. Ja, wir haben ihn aufgezwungen. Ich werde schon wieder gezwungen. Ja. Kann ich als Stuhl auch springen? Nein. Hast du Beine? Da ist ein Stuhl umgefallen. Außerdem können keine Stühle laufen. Ich bin ein bisschen unkoordiniert. Doch, wenn sie Stuhlgang haben. Ja, Bros und Spiele basteln immer tolle Intros. Letztes Mal haben sie mich diffamiert. Wieso? Sie haben doch nur dein Buch gezeigt. Ja. Kopfvollzahlen. Seine Autobiografie. Ja. Echt mal. Wie soll ich das Gefühl, dass ich und Eichhörnchen nebeneinander stocken? Was war denn die Frage? Nein. Wo warst du? Das war zu einfach. Moment. Seine Biografie. Seine Biografie. Ich glaube er hat auch nur eine Seite. Und ich bin leer. Ja. Ja. Mehr habe ich noch nicht erreicht. Lidan, also bisher solltest du einigermaßen sicher sein. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, ich höre nur Schüsse in der Nähe, aber ich sehe keinen. Hm. Also es lebt ja. Es lebt nur alle drei. Das passiert bei Menschen, die Paranoia haben. Wenn man nicht weiß, was die Sache ist, dann sieht es einfach so komisch aus, wenn Leute einfach durch ein Zimmer rennen und die Tiere umschmeißen und in den Schubladenschrank anschießen. Ach, ich dachte es wäre einer deiner schlechten Wortwitze gewesen mit, man weiß nicht was hier Sache ist. Oder welche hier eine Sache ist. Oh, toll. Habt ihr noch nicht ein Tauntmenü? Hattest du noch nicht irgendwas gesagt? Ja, F4. F4. Das ist ja eigentlich Gegenstand des Themas. F4. Ach, das ist was geiles. Seckt euch. Ich will kurz sein. Wir müssen den Sachverhalten oder so. Kennt ihr den Muffinmann? Den Muffinmann, ja. Ich habe auch das hier. Oh nein, mein Kabel. Nein, ich häng fest. Nein, er ist kein Hütchen. Achso, Fabian, man verliert übrigens Leben, wenn man gegen Gegenstände schießt. Ja, ist mir schon aufgefallen, danke. Achso. Ja. Oh. Scheiße sind die DPD vergessen. Ja, du kannst dir... Ja, vorsichtig, Luca, du bist jeden Moment tot. Ja, Fabian, ich möchte Fabian von außen sehen. Flüchtiges Paket. Flüchtiges Paket. Ich sehe Fabian sonst immer noch von innen. Wer ist ein flüchtiges Paket? Ja, das ist Trello. Achso. Nein, aber nicht spoilern hier. Erweinig ist beider, er war schon gekommen. Achso. Was ist eigentlich der Lou Reed Fan hier? Deine Mutter? Das musste mal gesagt werden. Alter, was ist denn hier in dem Raum los, ey? Ja. Alter, was ist denn... Ich habe ein Poker gespielt und verloren. Ja. Ich habe ein Tische daran mal geklebt. Interessant. So sieht das aus, wenn ich mit meiner Freundin... Strippoker verloren. Du verlierst Leben. Oh, verdammt. So, zwei, eins. Tötet Flo. Risiko. Tötet Flo. Warte mal, bin ich Hunter? Ja, ich bin Hunter. Moment, ist man der Gegenstand, der vor einem fliegt? Du musst E drücken und wieder loslassen. Der letzten wird er los. Da. Er hat den Gegenstand gebläbt. Achso. Ich bin dumm. Ja. Aber das sind wir alle. Alter! Was war das? Rechte Maustaste am SMG ist eine Granate. Man hat aber nur eine. Ich kann mich nicht mehr umbringen. Age of Vampires ist das. Was? Nun, nun, nun. Ja stimmt, das hatten wir auch gerade rausgekommen. Ich muss das nicht. Ich wollte auch nur Windows 95 umbringen hier. Das ist jetzt um. Ah, ich will den Tisch umschmeißen. Egal. Randale in der Küche. Kann ich den Tisch squirben? Nein. Nein. Randale in der Küche. Eine Melone. Eine laufende Melone. Melone? Ich bin nicht geschoben. Nein. Ich habe es mit den verdammten Schnecken auf diesem verdammten Punkt. Du bist nah. Gib sie mir. Wir haben einen Blick. Ich sage nicht nur von wem. Alle. Ich bin Alabama. Wie machst du das? Mit F4. Das Problem ist nur, ich höre bei der Box nicht wirklich aus welcher Richtung das kommen soll. Wir haben den ganzen Zaun. Wie kommt das her? Wie kann das her? Dramatisch. 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 Bär bär. Dramatisch. Dramatisch. Mit F4 wenn du lebst. Das ist eine Göttliche. Ja, die Hunter kann aber auch Torns machen. Das ist ja richtig gemein. Ich bin schlecht am Suchen. Ich bin eine Mikrowelle. Und ich bin ein Tochter. Echt? Du lässt auch nichts anbrennen, ne? Vor allem, wie hier die ganze Zeit überall einfach nur Musik läuft. Weil die Hunter, ich glaube die Hunter sind einfach taub. Die sind hier vor allem übersteuern gerade. Ist das funky taub? Das Problem ist, wenn alle so zwischen mal quatschen, hörst du einfach nichts. Und ist das der Soundtrack zu Blade? Ja, es gibt einen Blade Soundtrack. Ja, das ist der Song, der spielt in dem Club. Oh, ich seh ein anderes Pro. Da wo das Blut aus den Wasserdingern kommt. Ah, nicht der Toaster. Ja, irgendwas muss ich hier abschießen. Also ich weiß nicht, ich bin hier bei irgendeinem die ganze Zeit hinter der gelaufen. Hallo. Hallo. Oh Mann. Hat er in der gelaufen. Yeah. Voll hab ich übersteuert, Mann. Da hat er an. Untertitelung des ZDF, 2020